Ganz wichtig, wir haben viel Platz und wir haben unsere Ruhe. Ruhe ist ganz wichtig hier. Und wir haben immer frische Früchte. Wir haben auch eine Dschungelbar, wo man sich dann abends aufhalten kann und erholen kann von der vielen Arbeit. Wir haben eine Sauna, wo man so richtig einen schönen, gemütlichen Tag verbringen kann. Und ich glaube, was Conny Island ausmacht, ist einfach, dass hier alles nochmal eine Runde langsamer geht. Immer ganz ruhig, keine Panik. Uns läuft nichts weg.